Ist das bei uns geschnallt? Hä? Hä? War das bei uns geschnallt? Alter, es ist alles weiß! Oh mein Gott! Ob da jemals jemand drauf hören wird und sagen wird, ja, ich werde jetzt anhalten. Sorry Chris. Oh, Treffer! Und komm, komm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Blockhands. Heute dabei, der liebe Snorks. Hallo. Und zwar Tobi. Tschüüüüüüüü��! Und, ja, da hinten ist auch irgendwie Downsyndrom-Sergen. Hallo! Ich würde sagen Leute, wir sehen uns einfach nach dem Intro, jetzt direkt in der ersten Runde. Bis gleich! Ich hab aber kein Intro. Ich hab aber ein Intro- Ich hab so ein Opener, das ist kein Intro- Mensch, egal, gut. Ähm, warte mal, Nicke! Jetzt warten wir schon 10 Minuten, ist der Intro jetzt endlich mal vorbei Jetzt, jetzt ist mein Intro Doch, der hat ein besonders langes Intro Okay, okay, okay Warte mal, Scheibenkleister, ich hab keine gute Nein, ich hab keine, obwohl, das kann funktionieren Oh mein Gott, nein Ja, komm her Oh Gott Nein, oder? Nein, oder? Wieso kann ich dich nicht schlagen? Ich bin einfach im Grasblock, da muss ich nicht verstecken, Alter Das ist einfach gerade mir vorbeigelaufen Das ist ein 1,9er Cooldown, du musst langsam schlagen Okay, einhabe ich Oh, ich war im Grasblock, Alter, was soll ich machen? Ja, hallo, du hast... Das... Du stehst auch ein bisschen auffällig da Ja, ich dachte, es haut hin Oh nein, das Problem ist, wenn... Wenn Tobi stirbt, er kennt die Map am besten Wir sind alle tot, also ich bin tot Ich bin... Ich bin Hühnerfrikassee Nein Oh, oh da Hast du das hier? Feuerwehr Warte, ich... Warte, ich schneide den Weg ab Wieso... Wieso werde ich so zurückgebrochen? Funder, 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 Funder Was, äh... Wo bist du, wo bist du? Bist du... Ja, moin Als ob er das jetzt sagt, Leute Ja, moin, ich bin ganz weit oben Ganz weit oben 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 Du bist an mir... ich bin an dir vorbei Okay Gut, dass du es sagst Das... NEIN Nein, mach doch nicht die Tür zu Ich bin ich Nein Ah, ich sehe Nick Da ist Nick Nein Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Nein 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 Wo ist er? Verfolgst du ihn noch? Ich habe ihn verloren Nein Irgendwo ist er Hier, irgendwo ist er Er ist das Bücherregal Nein 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 Warte, warte, ich snipe ihn Und? Nick Oh nein Ein Hochauffall damage Komm Nick Du... Wie muss er da? Wo fällt? Nein Nick, wenn du das jetzt nicht überlebst Ich lauf weg, ich lauf weg Sie kriegen mich nicht Doch, sie kriegen mich Nein, ich war komplett in der Ecke Nick weiß, was ich dazu sage Oh, boohu Das finde ich dir doch glatt ne traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt Nein, ey Auf der kleinsten Violine der Welt Was? Du musst jetzt wenigstens einen Tipp geben Was bist du? Ich habe gesagt, ich bin ganz Ey, 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 ey Er ist ein Stein, er ist ein Stein, er ist ein Stein Ist eine Lüge Okay Ich weiß wo es Er war zumindest ein Stein Hast du gerade geschossen oder war er das? Ne, ich weiß Er ist ganz oben Was machst du da für eine Kacke? Hey, wer ist denn jetzt hier und was machst du denn da? Also ich weiß jetzt nicht, wer ist jetzt du? Er ist ganz oben? Hm, nein, er ist ganz oben Oh nein Chris Ja Siehst du Warte 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 mal Warte mal Ich habe jetzt erst 6 Minuten, das heißt noch 4 Minuten, also noch 4 Runden in etwa Dann kann ich 13 mal Werbung schalten Alles für die Klicks meine lieben Freunde, das ist natürlich klar So ist der Nickel halt, ne? Man kennt ihn nicht anders So, okay Das schneide ich rein Ah ja stimmt Du hast ja auch Oh, ich bin halt da, okay Nein Wo ist er? Ich war nicht so laut Hä, wie kann man das denn nennen? Dampflok auf der Flucht oder was? Ich kann nicht Ich kann nicht Alter Ich bin nicht mehr Ja, ich bin nicht mehr weg Alter, jetzt habe ich die Kreishaft zusammen, bro Alter, jetzt Es war zu viel geblasen Oh, ne, jetzt werde ich auch verstanden Dann würde ich das erst mal gewesen zu sein, oder? Oh Game is ending in 300 seconds You have received your protective items Let's go Wie lange hält der Funkkrafttrank? Drei Minuten Junge, was du versteckst noch? Junge Chris? Ja? Wo bist du? Nirgendwo Bist du auf der Flucht? Oh Oh nein Nein Was? Wir schauen uns mal an, was wir sagen Gut, dass ich die Werbung nicht aufwändig kenne Oh Gott Nein 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 Ja mit Slash Kick vielleicht Wow Wow Was auch mal, boys Hört ihr das, wenn ich ein Potion nehme? Ja 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 Hm, also ich wüsste nicht, dass es jemand ist, oder? Schieb mal mit dem Bogen ab Oh Mann Okay Mann Alter, bei euch ist ja voll die Stimmung Ich komm wieder nach unten Scheint mehr Stimmung zu sein mehr Spinnung mehr Spinnung Spinnung Ich hab mal gekickt Ach so No way Nur gesagt, schießt mir mit dem Bogen ab Oh mein Gott Bring mich nicht zum Auslasten Ja, Sunny Fair, Junge Ich hab das, ich hab das beste Versteck EUW Das war das schlechteste Versteck, das ich in meinem Leben je gesehen hab Halt 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 Ja, easy peasy Level spielen die Leute, ne? Also das schonmal der erste Halt 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 D În komm Her Tobi Oh Tobi bei Fuß Pft genau Pftner Halt Oh Gott Oh Gott Oh Gott So, jetzt nur noch Chris Jetzt Chris Chris, sag mal Pief Chrisi Ich sag gar nichts Wieso werd ich mir durchgehend geworfen E أه Was Mann okay, Chris, sag mal Pief Warte mal Chris wo bist Du? S-s-s-s-s-sag ich doch nicht! Hätt' ja klappen können! Hätt' ja klappen können! Hey, he's fuck using! W-w-w-w-w-welcher Block bist du? Ich bin ein Bookshelf Nein, ist ja hier drinne! Nein, ist ja hier drinne! Ein Bücherregal! Ja, gut! Oh fuck! Ich bekomm' die Axi-Maule! Du hast mich gar nicht gesehen, guck weg! Oh ja! Warte, Mann, ich bekomm' keine Katzen-Doppelwaffen! Oh! Oh Mann! Nein, ich hänge! Hinter dir, hinter dir! Ah, was? Wo hinter mir? Oh, unten, unten, unten! Oh, ich hab' ihn getroffen! Ja, er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Ey, Lüge! Nein! Okay, komm, wir kürzen Absagen! Nein! Nice, Mann, Leute! Ja, wir haben's geschafft! Okay, noch eine Runde, will ich sagen! Okay, eine Runde! Tobi, kannst du mir nicht einfach... Du sollst endlich mal dein Regie-Buch lesen! Seite 52! Ich lese kein Regie! Ich lese nicht Regie, wie ich es auch damals bei Ellen nicht gemacht habe! Wahrscheinlich... Nick hat auch wahrscheinlich so reingeschrieben, hier bei Minute 5 kommt kurz Werbung für Nick's Kanal, dann wieder Werbung für Nick's Merch und so! Ja! Nein, das ist alles auf Seite 62! Als ob du dir das nicht auch durchgel... Mann! Ne, ne! Ich dachte... Wir sind hier spontan, Nick! Wir sind spontan! Hey Tobi, was passiert eigentlich, wenn du viel zu viel Limonade trinkst? Du wirst fantastisch! Fantastisch? Fantastisch! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst! Der hier ist! Nein! Legends! Nein! Was? Ah, Nick! Bleib stehen! Nein! Ja, als ob da jemals jemand drauf hören wird und sagen wird, ja, ich werde jetzt anhalten! Sorry Chris! Oh, Treffer! Yes! Ja, Chris! Du bist dreimal an mir vorbeigerant, glaubst du mir nicht! Okay! Ja! Genau! Du bist hier! Oh mein Gott! Mein Versteck, ne? Einmal hoch, einmal runter und einmal wieder hoch! Okay, das heißt erst... Okay, so! Wo ist dann... Er ist bestimmt dieser Grasblock, der hier einfach dumm rumsteht! Ja, Mann! Du bist dreimal an mir vorbeigerant! Okay, warte! Wo ist der? Er rennt hoch! Er rennt hoch! Ich sehe ihn noch! Okay, warte! Kommt die Treppe wieder runter? Ich wirst du niemals finden! Warte! 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 Ich könnte ab! Was? Mann, Nick! Ey, du hattest nur eine Aufgabe! Ich bin aggressives Laub, Mann! Ja, ich hab ihn! Okay, nice! Ich hab ihn, Leute! Das ist doch Sergen, oder? Es regnet jetzt wegen euch! Wie euch regnet es jetzt! Sergen! Was? Nein! Easy! Danke! Ey, das war einfach! Wir hätten mich niemals gefunden! Fanta! 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 I don't like Fanta! I'm thinking, äh... Oh! 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 Sehr! Ich mach die Map kaputt! Oh! Mach nicht meine Map kaputt! Ich stür ab, Alter! Ich stür ab, Alter! Ich stür ab, Alter! Da krieg ich Aggressions hier! Ey, das war aber grüner Block! Warte! Mir egal! Es bleibt so wie es ist! Alles so wie es ist! So, Leute! Wenn euch auf jeden Fall gefallen hat, ist definitiv einen fetten Daumen nach oben da! Der liebe Chris hat auch aufgenommen! Und der wird daraus, glaube ich, mal den Best-of schneiden! Also, ihr könnt auch gerne mal bei dem lieben Snogs vorbeischauen! Der ist auf jeden Fall unten verlinkt! Genauso wie die anderen beiden! Oh mein Gott! Da war plötzlich mein Gesicht zu riesengroß! Warte! Und, ja! Und gerne könnt ihr auch den fantastischen Tobi auch checken! Fanta! 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 Ja, und Darmsyndromsagen könnt ihr auch gerne vorbeichecken! Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder! Bis dahin! Ciao, ciao! Ciao! Der ist auch bei uns geschnallt! Hä? Der ist auch bei uns geschnallt! Alter, es ist alles weiß! Oh mein Gott! Das kenne ich, wenn jemand sagt, bei dir ist ja alles weiß! Ja, ich bin im Game-Ort! Alter! Alter! Ich hab wirklich seit drei Stunden nicht aufs Fenster gestanden! Alles ist weiß draußen! Ich hab ihn auch bei uns geschnallt! Das kenne ich und ich weiß es nicht! Das kenne ich sehr. Ich hab dich verstanden! Ich hab ihn einfach verstanden! Ich hab ihn auch bei uns geschnallt!